Ich bin Professorin Juliana Sabino-Welhelm. Ich komme aus Rio de Janeiro, Brasilien und bin Professorin für klassischer Tanz hier in der Hochschule. Ich habe auch hier meinen Masterabschluss in Tanzpädagogik gemacht vor einigen Jahren. Der Masterstudiengang hat mich viele Tools, viele Werkzeuge gegeben und mir viel beigebracht, was wichtig ist als Lehrer zu sein. Was sind meine Kapazitäten, meine Stärken, meine Schwächen und woran ich noch arbeiten muss? Und ich würde sagen, das hat mir viel gebracht, das hat mich sehr gut vorbereitet.